Ab immer noch zu tun! Was du nicht sagst! Na komm! Achso, geht nicht. Hier hin! Halle hopp! Karte eins. Halt! Nein! Geh doch weg! Laut den Jungs ist Spiderman im Waffenclub. Wir müssen verschwinden, bevor er hier ist! Miles zerholt sich kopfüber von der Decke ab und winkt. Hey! Hilfe gefällig? Diebe mit Brecheisen drehen sich zu ihm um. R1-Taste. Schnell antippen, um Netzschießer abzufeuern. Schlüssel weg? Da vorne gibt's einen Schlüsseldienst. So viele Typen für einen Transporter? Ist doch übertrieben! R1-Taste. Netzschießer abfeuern. Wie wär's? Schreier uns, wenn ihr Schleifte einfach sehen! Reck-Taste. Kreis-Taste. Finisher. Geh auf! Yeah, 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 yeah! R1-Taste. 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 Ich hoffe nicht mal, dass ich hier nicht rauskomme. Zerquick! 3S-Taste, Kreistaste, Finisher. Ein LKW kommt schleudern zum Stehen. Das Rolltor wird geöffnet. Ein muskelbepackter Brecher springt mit weiteren Männern heraus. Großer Tür. Pariere erst kurz vor einem Nahkampftreffer, um den Gegner ins Wanken zu bringen. Eine frühe Parade ist weniger effektiv. Zum Fortfahren, Kreuztaste, drücken. Oh Gott. L1-Taste, parieren. Jetzt gerade könnte ich in Physik abstrakte Gleichungen für hypothetische Situationen lernen. L1-Taste, parieren. Eine frühe Parade verringert den... Aua. Pariere näher am Aufprall, um den Gegner ins Wanken zu bringen. L1-Taste, parieren. Eine frühe Parade verringert den Schaden. Pariere näher am Aufprall, um den Gegner ins Wanken zu bringen. Dreieck-Taste, Kreistaste, Finisher. L1-Taste, Plus, Quadrat-Taste, Venom-Schlag. Dreieck-Taste, Kreistaste, Finisher. Erschießt die Spinne! Schlechter Rat! R1-Taste, Plus, Dreieck-Taste, Höhenflug. Fülle einen Fokus-Balken und nutze ihn zum Heilen. Okay. Lass ihm die Lichter auf! Ihr macht das nicht gerade gut! Falls ihr euch umorientieren wollt, kenne ich einen Berufsberater! Unten Richtungstaste, Heilen. Greife an und verteidige, um deinen Fokus-Balken zu füllen. R1-Taste, Netzschießer abfeuern. Sehe was, was Kuni kreist! Ah! Oh! Ui! Panzerwagen, Verbrechen verhindert. Belohnungen, 20. Technikteile, nach links wischen. Auf Touchpad, nach links wischen. Um FSDN-App zu öffnen. Panzerwagen, Verbrechen im Hochhaus gefangen. 1 von 1. Unbekannt. Meter, Geld für Peter oder Miles. Belohnungen, 0. Ibi, in unserem Büro brennt es. Wir kommen nicht raus. Kreuz-Taste, auswählen. Okay. R2-Taste, plus. Kreuz-Taste, gedrückt halten, dann loslassen. Aufgeladener Sprung, Panzerwagen, Verbrechen verhindert. Belohnungen, 20. Technikteile, 2, 185. Ibi, R2-Taste, plus. Okay, eins, was mich ein bisschen stört. Loslassen, aufgeladener Sprung. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass die Sprachausgabe währenddessen auch noch zu hören ist. Also, das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob man das noch einstellen kann, dass die Sprachausgabe vielleicht gedackt wird während des Dialogs und so. Aber, ähm ... R2-Taste, plus. Kreuz-Taste. Ja. Drückt halten, dann loslassen. Aufgeladener Sprung. Huch, nee. Ich wollte das hier. Oh Gott. Ah. Halte, linker Stick, plus. R2-Taste. Och, schon wieder. Wand gedrückt für einen Wandlauf. Halte, linker Stick. Ja, ha. R2-Taste. In Richtung einer Wand gedrückt für einen Wandlauf. Ach. Am Ball bleiben. Jemand braucht Hilfe. Mist. Neue Mitteilung. Der Batteriezustand von DualSense Wireless Controller ist schwach. Ah, das auch noch. Heute geht ja alles schief. Mal weg von der Accessibility. Ich find's auch geil, dass die Geräusche von der ganzen Umgebung zu hören sind. Also, grad eben hört man eine Bahn fahren und sowas. Das ist schon cool. Komm, da rüber. Ein brennendes Haus. Spider-Man, rette uns! L1-Taste, R1-Taste, die Drückhaltung, ziehen. Ein Kristall? Ich seh ihn mir an. Woll ich erst mal... Woll ich erst mal kurz meinen Controller anstecken, bevor ich hier weitermach. Karte 1. Nein, nix Karte. Leste von Reitern für L1. Woll doch nur meinen Controller. Distriktwatch. Danke. So. Was muss ich machen? Okay, ich muss mir die Kristall angucken. Okay, ich muss hier also irgendwie durch die Gegend laufen. L1-Taste, R1-Taste. Gedrückt halten, ziehen. Okay. Ein stachliges Gebilde, so hoch wie Mahls Körper, schwebt über dem Boden. Durchscheinende Zacken ragen wie schiefe Eiszapfen in die Höhe. Der Kern leuchtet tief orange. Oha. Was zur Hölle? Der Kreis tritt einen Sandknecht durch eine Wand. Dort tauchen weitere auf. Wer noch da? Hast du nicht genug, Marco? Verdrahttaste. Gedrückt halten für Luftschleuder. Dreieck-Taste. Gedrückt halten, um Gegner zu reißen. L1-Taste. R1-Taste. Wollt mich mal melden. Ich kämpf gerade wieder gegen Sandman. Ist der entkommen? Nein, ich bin beim Reft. Er sitzt vor mir. Aber ich hab so eine Ahnung. Moment. L1-Taste. Gedrückt halten, um Gegner zu reißen. L1-Taste. R1-Taste. Gedrückt halten, ziehen. L1-Taste. R1-Taste. Gedrückt halten, ziehen. Einer schmettert mit einem kräftigen Schlag weg. Okay. Jetzt bin ich echt sauer. L1-Taste. Plus Kreistaste. Venom-Schmetter. L1-Taste. R1-Taste. Gedrückt halten, ziehen. Hab mit den Ersten geredet. Gibt es bei dir so eine Art Sandkristall? Ja. Okay. Die Erste meint, Markus Geist sei zersprochen. Freieck-Taste. Also, buchstäblich. Ist ja irre. Und warum attackieren mich diese Sandtypen? Das sind wohl Teile seines Unterbewusstseins. Venom-Schmetter. Ah. Oh mein Gott. Aber die Erste sagen, wenn du alle Schäule wieder beschaffst, dann könntest du ihn wieder ganz machen. Nicht einfach, wenn man aus Sand gebaut ist. L1-Taste. Plus Quadrat-Taste. Venom-Schlag. Das ist für den Sand in meinem Anzug. Aua. L1-Taste. R1-Taste. Gedrückt halten, ziehen. Okay, Marco. Was hat dein Unterbewusstsein beschützt? Reieck-Taste. Kristall einsammeln. L2-Taste. Plus R2-Taste. Kristall zerbrechen. Eben war ich noch bei dir. Rechter Stick. Drehen. Rechter Stick. Drehen. Kreistaste. Verlassen. Sprechender Kristall. Okay. Scheint ein Teil von Marcos Erinnerungen zu sein. Belohnungen. 5. Stattmarken. Diese Kristalle sind in der Stadt verströmt. Zum Ansehen. Touchpad-Taste. Ich drückte Ausschau-Heim. Finan... Nach links wischen. Auf Touchpad nach links wischen. Hey, kümmerst du dich um die letzte Anfrage? Nein, VIP sitzt in einer Limo fest. R FSDN Behind Solo. Lautlos, sicher. Einsatzbereite Geräte. Höhenflug. Netzgreifer. Einsatzbereite. Oh God, 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 oh God. Nach links wischen. Auf Touchpad nach links wischen. Um FSDN. Rettung des Limousinenfahrgasts. Eins von. Eins. Unbekannt. Meter. Geld für. Peter. Oder. Miles. Belohnungen. 700. Ebi. Ein Typ steckt in einer verunglückten Limousine fest. Keine Ahnung, wo der Fahrer ist. Hilfe. Kreuz-Taste. Auswählen. Nach links wischen, auf Touchpad nach links wischen, um FSDN-App zu öffnen. Die FSDN-App kann gerade nicht geöffnet werden. Okay, kommen wir mal zu, boah, der Scrooge sagt echt viel. Es ist am Anfang, also es ist ganz nützlich, also das möchte ich gar nicht irgendwie jetzt, ne, aber, ja, ich weiß nicht. Vor allen Dingen, wenn man der Story folgen will, wird das ziemlich schwierig. Ach, mein lieber Gott. Okay. Machen wir mal. Also es ist schon sehr cool. Ach, komm. Wieso geht das nicht? Okay. Muss ich an Wänden hochlaufen? Nee. L1-Taste, R1-Taste, gedrückt halten, ziehen. Ach so. L2-Taste, plus R2-Taste, zur Wand schwingen. L2-Taste, plus R2-Taste, zur Wand schwingen. Linker Stick, Zielauswahl. L2-Taste, plus R2-Taste, zu Boden schwingen. Genki, ist Mr. Sumida noch da? Ja, er ist gerade bei Hayley. Sie hält ihn für dich hin. Super. Ich hoffe, er sagt mir, wie ich meinen Aufsatz schreiben soll. Den hast du noch nicht fertig? Also, da ich schon die Zusage der ESU habe, könnte ich dir helfen. Nein, du machst schon mehr als genug. Und wenn du mich ins College springst, kann ich mir das dein ewig anhören. Ja, wo ich war. Wah! Komm schon! Ach so. Äh. Wuhu! Wuhu! R2-Taste, gedrückt halten. Kreuz-Taste, Schwung, Sprung. R2-Taste, gedrückt halten. Kreuz-Taste, Schwung, Sprung. Schwung, Sprung. Ich mach's aber nicht echt verkehrt. Das liegt halt daran, dass ich echt keine Ahnung von den Bildern habe. Ich weiß halt echt nicht, wie sich Spider-Man bewegt. Ich habe halt absolut Testenz. Keine Ahnung. Hey, bleib weg von der Nimmo! Das ist die Spinne! Auf ihn! R2-Taste, gedrückt halten für Luftreißer. Quadrat-Taste, angreifen in der Luft. Quadrat-Taste, gedrückt halten für Schwung, Tritt. Bin ich ohne Spider-Man! In der Luft, Dreieck-Taste, gedrückt halten, Luftreißer, Vertrag-Taste, gedrückt halten, Schwung, Tritt. Ja, mach ich doch. Wisst ihr eigentlich, wie mies ihr seid? Wer denn? Warum könnt ihr die Leute nicht in Ruhe lassen? Finisher. Fülle deinen Fokus-Walken zum Heilen. Ja, true! Aua! Au, 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 au! Unten Richtungstaste, Heilen. Zählen wir uns mal den VIP in der Limo an. Äh, achso. Achso, ich muss ja, ich dachte, er macht das jetzt selbst. Okay. Ja, okay. L1-Taste, R1-Taste. Gedrückt halten, ziehen. Ach, scheiße. Mist, ich bin schon wieder vorbeigeswitcht. L1-Taste, R1-Taste. Gedrückt halt, ziehe den linken und rechten Stick nach unten. L1-Taste, R1-Taste. Gedrückt halten, ziehen. Alles klar. Dreieck-Taste, Tür öffnen. Im Auto liegt ein Mann mit Schnauze. Oh, krank aus. J, Jonah, Jameson. Ach, was? Spider-Man sagen. Miles zieht Jonah heraus und wirft ihn sich über die Schulter. Jonas Hosenträger und sein gestreiftes Hemd sind voller Sand. In Ordnung, Mr. Jameson. Bringen wir sie ins Krankenhaus. Spider-Man, du solltest dir diesen VIP unbedingt mal ansetzen. Bin schon gespannt. Dreh noch einen Hydranten zu, dann komm ich. Mr. Jameson, hier ist Spider-Man. Sind Sie wach? Okay, jetzt muss ich offenbar. Oh Gott, jetzt muss ich ganz weit rüber. Alles klar. Nein, nicht auf die Karte. Oh. Hey, Spider-Man. Guck mal, wer da ist. Was? Wo haben wir nicht? Spider-Man! Jonah! Mein Sonnenschein! Ist okay? Hilfe! Ich wurde entführt! Was? Nein, ich helfe Ihnen, Mann! Mach ein Foto davon! Maskierte Kriminelle entführen beliebten Zeitungschef! Manches ändert sich nie. Seien Sie bitte nett zu den Ärzten. Schönen Sie diese Leute? Sind das Helden? Nein! Das sind Kidnapper! Okay. Lass mich los! Ab hier schaffe ich es! Nein! Er bringt mich jetzt ins Krankenhaus. Alle hopp! Okay, komme ich hier irgendwie. Hier komme ich! Könnte besser navigieren, glaube ich. Ich müsste mal gucken, ob ich irgendwie die Netzflügel in Bewegung kriege. Nein, so. Oh, Entschuldigung! Sorry! Hoppla! Sorry! Ah! Nein! Ich wollte doch... Entschuldigung! Entschuldigung, ich bin neu hier! Sie hat mich entführt gegen meinen Willen! Ich war nicht... Miles wirft ihn auf eine Trage. Bedrohungen! Ich bin umzingelt von Bedrohungen! Aber J. Jonah Jameson geht nirgendwo hin, habt ihr kapiert? Ich gehe nirgendwo hin! Wo bringt ihr mich hin? Medizinisches Personal rollt ihn ins Krankenhaus. Peter schaut aufs Handy und schwingt sich aufs Dach. Mr. Parker, wo sind Sie? Oh, oh! Direktorin Evans, hallo. Ja, ich bin es, Peter Parker. Tut mir leid, es war ein Notfall. Ich bin gleich da, versprochen. Ich sehe Sie besser in zehn Sekunden, sonst... Oh nein, schlecht! Oh... Oh... Alter! Miles liest eine Nachricht von Hayley. Er springt weg. Krass, was hat's wirklich getan? Peter folgt ihm mit hängendem Kopf. Draußen vor der Brooklyn Visions Academy gesellt sich Miles zu Genki und Hayley. Wo ist Mr. Somita? Oh, er ist gerade weg. Er sagte was von Urlaubsreise? Was? Das ist unglaublich, Hayley. Und während du weg warst, hab ich erfahren, ich kriege das Rent-Stipendium. Ist das dein Ernst? Bro, das ist wie ein Vollstipendium. Oh... Oh... Ein großer Tag für alle. Hab echt... Was verpasst. Oh Mann, ich kann das nicht sehen. Peter läuft zur Direktorin. Aber ich kann auch nicht wegschauen. Direktorin Evans. Ja. Dass sie sich hier blicken lassen. Ich weiß, es sieht nicht gut aus. Nicht gut? Es tut mir so leid. Sieht mir jetzt nicht gut aus. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist absolut lächerlich. Ich wollte das wirklich nicht und es wird nie wieder vorkommen. Ich hab genug davon. Keine Ausreden mehr. Ihr Job ist es, die Schüler zu beschützen. Nicht sie im Stich zu lassen. Oh, oh. Sie sind gefeuert. Sie gibt Peter seinen Rucksack und marschiert weg. Betrübt lässt er den Kopf hängen. Das Trio sieht zu. Oh Mann. Alter. Du bist Spider-Man? Muss schwer sein, einen Job zu behalten. Hayley knufft Genkys Arm. Aber ich wette, das kriegst du schon hin. Genki lächelt gezwungen. Hayley nickt aufmunternd. Mit Miles im Schlepptau gehen Genki und Hayley davon. Miles und Peter winken sich halbherzig zu. Peter bleibt alleine zurück. Durch die hohen Bäume sprenkelt die Sonne das Pflaster. Und spiegelt sich in den Fenstern der umliegenden Hochhäuser. Eins nach dem anderen. Abgeschlossen. Belohnungen. Sieben. Hundert. Ebi. Hey. Tut mir leid wegen des Jobs. Wir hatten auch schlechtere Lehre. Weiterhin. Schreibe ich das in meinen Lebenslauf? Hör zu. Beim New York Bulletin gibt es einen Fotowettbewerb. Ich habe gestern eins eingeschickt. Es ist nicht viel Geld, aber besser als nichts. Das ist Robbie Robertsons Zeitung. Wir waren früher beide beim Bugle. Ich glaube, ich weiß, was ihm gefällt. Danke, Miles. Kein Problem. Vielleicht schicke ich noch welche, wenn ich Zeit habe. Robbie sagte immer, zeig mir nicht die Stadt, zeig mir New York. Okay. Robbie Robertson. Das ruft Erinnerungen wach. Das ruft Erinnerungen wach. So, lass mich mal kurz gucken. Karte 1. Nee. Wo ist denn? Karte 1. Geräte 2 von 7. Liste von Reitern für L1. R1. Netzgreifer. Senkrechte Liste. 3 von 5. 0. Prozent. Abgeschlossen. Im Besitz. Mit R1-Taste. Plus. Quadrat-Taste. Schießen. Beschreibung. Erschütterungsstoß. Senkrechte Liste. 4 von 5. 0. Prozent. Abgeschlossen. Freigeschaltet. Netzgreif. Höhenflug. Senkrechte Liste. 2 von 5. 0. Prozent. Abgeschlossen. Untermenü. Erhöhte Kapazität. I. Waagerechte Liste. 1 von 5. Unerschwinglich. Kosten. 1. 5. Schwerlastheber. Waagerechte Liste. 2 von 5. Gesperrt. Kosten. Okay, das ist noch nicht... Senkrechte Liste. Netzgreifer. Untermenü. Bombardierung. Waagerechte Liste. 1 von 5. Freigeschaltet auf. Erhöhte Reichweite. Waagerechte Liste. 2 von 5. Freigeschaltet auf Stufe 11. Du bist. Stufe 3. Kosten. 1. Okay. Das ist... Erschütterungsstoß. Senkrechte Liste. 4 von 5. 0. Prozent. Abgeschlossen. Freigeschaltet auf Stufe 11. Du bist. Stufe. Ja, ja. Alles klar. Verbrechen gemeldet. Überfall. FSDN-Anfragen. Senkrechte Liste. Zeigt mir New York. 1 von 1. Hauptmission. 1. 1093 Meter. Gilt für Peter. Belohnungen. 700. Ibi. Mache Fotos für Robbie Robertson. Kreuztaste. Auswählen. Kreistaste. Schließen. Ja, okay. Wir können halt leider... Verbrechen gemeldet können wir halt leider irgendwie nicht machen. Das... Man müsste jetzt gucken, wo man da zum Besten hinkommt zu dem Verbrechen. Aber das geht leider nicht. Das ist halt leider absolut nicht barrierefrei. FSDN-Anfragen. Senkrechte Liste. Deswegen mache ich jetzt erstmal die Hauptmission weiter, bis ich irgendwie die Möglichkeit habe, diese Nebenmission zu erkennen und dann darauf zuzulaufen. Man könnte höchstens versuchen, lokal, wenn man irgendwo sich befindet, die Sachen zu finden. Aber... Ja, muss man sehen. So. Okay, das ist eine Weile weg. Wir gucken mal. Oh, wir kommen mal gut voran gerade. Okay, könnte ich vielleicht... Shit. Das habe ich noch nicht ganz raus. Okay. Ah! Uh! Okay, ich bewege mich. Kann ich da hin? Verbrechen gemeldet. Rasante Verfolgungsjagd. Rasante Verfolgungsjagd? FSDN-Anfragen. Senkrechte Liste. Zeigt mir New York. Eins von Eins. Hauptmission. Spinner auf der Durchreise. Entschuldigung. Ich dachte ich... Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Du hast Sorgen. Ich muss noch ein bisschen die Steuerung üben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das echt. Verbrechen gemeldet. Waffenhandel. Wir sind hoch. Entschuldigung. Auf Touchpad nach oben wischen. Nach oben wischen, um die Kamera auszurüsten. Okay. L2-Taste. Gedrückt halten. Zielen. R1-Taste. Foto schießen. Auf Touchpad nach unten wischen. Kamera schließen. L2-Taste. Mache ein Foto von einer Story aus New York City, um es Robi zu verkaufen. Motiv scharf. L2-Taste. Gedrückt halten. Zielen. R1-Taste. Foto schießen. Auf Touchpad nach unten wischen. Kamera schließen. Mache ein Foto von einer Story aus New York City. Jetzt noch einsenden. Foto OPS. Risikoreich. Belohnungen. 2. Stadtmarken. 1. 150. Robi, hi. Zum Ansehen. Touchpad-Taste. Drücken. Little Odessa. Fortschritt 4. Foto bei euch eingeschickt habe. Wunderbar. Damit können wir was anfangen. Ich muss zum Meeting. Aber wenn du die New Yorker Atmosphäre noch irgendwo anders einfangen kannst, schick es her. Schön von dir zu hören. Gleichfalls, Robi. Danke. Ach, ist ja nett. Du hast Distriktfortschritt erzielt, indem du in Little Odessa Verbrechen gestoppt und Aktivitäten abgeschlossen hast. Na hurra. Fortfahren. Kreuz-Taste. Drücken. Das finde ich aber nett. Vielen Dank. Touchpad-Taste. Karte öffnen. Karte öffnen. Warum soll ich jetzt die Karte öffnen? Karte. Die Karte zeigt und verfolgt Aktivitäten in allen 14 Distrikten New Yorks. Mit deinem Fortschritt in der Story werden neue Aktivitäten freischaltet. Zum Fortfahren. Kreuz-Taste. Drücken. Karte. In jedem Distrikt gibt es drei Belohnungsstufen. Die zweite Belohnungsstufe erlaubt dir, Schnellreisen innerhalb dieses Distrikts zu nutzen. Zum Fortfahren. Kreuz-Taste. Drücken. Karte. Scrolle über einen Distrikt, um deinen Fortschritt zu verfolgen und sie regelmäßig auf der Karte nach, um Gelegenheiten zu entdecken, wie du New York helfen kannst. Zum Fortfahren. Kreuz-Taste. Drücken. Okay. Karte. Erkunde die Stadt, um Aktivitäten in der Nähe zu enthüllen und sie zu deiner Karte hinzuzufügen. Zum Fortfahren. Kreuz-Taste. Drücken. Okay. Karte. 1 von 7. Liste von Reitern für L1. R1. Little Odessa. Distrikt-Fortschritt. 4 Prozent. Nächste Belohnung. 2. Seltene Technikteile. Marcos Erinnerungen. 0 von 1. Foto-OPS. 1 von 3. FSDN-Anfragen. 0 von Unbekannt. 4. Gesperrt. Gesamt-Gesamt-Gesamt-Gesamt-Fortschritt. 3 Prozent. L3-Taste. Fokus auf Spieler. L2-Taste. R2-Taste. Zoom. Kreuz-Taste. Wegpunkt. Quadrat-Taste. Legende. Kreis-Taste. Schließen. Äh. Eigener Wegpunkt. L3-Taste. Fokus auf Spieler. L2-Taste. Little Odessa. Distrikt-Fortschritt. 4 Prozent. Nächste Belohnung. 2. Eigener Wegpunkt. L3-Taste. Fokus auf Spieler. Achso, R3-Taste. Erkunde die Stadt, um Marcos Erinnerungen, Foto-OPS, Verbrechen und andere Aktivitäten zu finden. Okay. Ja gut, dann... Pfff. Ach, tui jä. Entschuldigung. Oh Gott. Tschöligung, 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 tschöligung. Mein Anzug ist überall voller Sand. Ich sollte mich lieber mal hinziehen. Okay. Kreuztaste. Springen. Ach du je. Entschuldigung. Oh mein Gott. Oh Gott. Ah, du f***. Okay, es geht grad nicht. Oh. Kreuztaste. Springen. Kreu... Kreuztaste. Springen. Oh mein Gott. Kreuztaste. Springen. Oh. Aua. Uff. Aua. Okay, ich glaub, wir speichern hier mal. Fortsetzen. Letzten Kommen. Manuelles Speichern. Senkrechte Liste. Drei von neun. Obwohl, brauchen wir gar nicht speichern. Das macht er sowieso automatisch. Ich würde sagen, äh, dieses Kovabo tun wir jetzt dein nächstes. Rasante Verfolgungsjagd. Mal an und dann, äh, werden wir mal gucken, ob wir da noch ein bisschen weiterkommen. Ich wünsche euch was. Wunderschönen Tag euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.